Herr Sensenbrink, die Einschaltquoten unseres Senders befinden sich im nicht messbaren Bereich. Die Werbeeinnahmen tendieren gegen Null. Die Liquidität unseres Senders... Ja, aber das kommt ja witzig, man schaut schon alles wieder in Ordnung. Wir senden krass Alter ab sofort fünfmal die Woche. Herr Sensenbrink, Witzig, mein... Witzig, mein Witzesat1-Wechselung. Die Sendung krass Alter gibt sich mehr. Es bleiben im Raum, Rugemann. Lugmlich. Mein Schellung. Und Nils. Was erlauben Sie sich? Krass Alter gibt's nicht mehr. Diese Show habe ich entlittert. Ihr seid ein hausunschuldig. Wie soll ich denn so einen Sender führen, wenn ihr mich alles abruft? Aus. Aus. Kleines Licht. Können wir den Hitler wieder einbauen? Mit dem Hitler können die Leute einfach nicht lange böse sein. Und selbst die, die ihn hassen, kaufen sich sein neues Buch. Einfach um zu lesen, was er jetzt wieder Krasses macht. Das können wir nicht machen, das ist unerhaltbar. Das Buch verkauft sich wie geschnittenes Brot. Die arbeiten schon an der Verfilmung. Imsel. Müssen wir uns beteiligen. Was? Nein, nein, nein. Hallo, Sie von ihm, gegen Hitler. Natürlich. Natürlich. Aber da war ich auch noch nicht Geschäftsführer.